Musik Hey Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac und in diesem Video öffne ich mit euch die Victis Champs Engine City, Pin, Engine City Arena, Pin-Kollektion, genau, und zwar mit diesem coolen Pin, natürlich drei Boostern von Victis Champs und ein total cooles Interferno-Pot, genau, betritt die Engine City Arena und begegne Cabo, ist der Arena-Leiter hier, ich denke, wir werden einfach mal starten, ich komme an, das jetzt so unboxen, also, in der ersten Pin-Kollektion von der Pflanzen-Arena, Turfield Arena, Turfield Arena, hatte ich relativ viel Glück, gute Puls, in der zweiten Pin-Box dagegen, absolut abgelöst, abgestungen, dort haben mich irgendwie die Kartenglücksgötter verlassen und ich hatte nur drei Holos, genau, denn in jedem Pack, was heißt nur drei Holos, in jedem Pack in Victis Champs ist nämlich eine Holos oder? Das ist also garantiert. Hier als Promo, SWSH 048, sehr cool, Inferno-Pot mag ich gern, als mein Lieblings-Pokémon, 100 Fuß Flammen und Sengende Flammen, hier als Angriffe, 100 Fuß Flammen, lege für jede an dieses Pokémon angelegte Feuerenergie, die oberste Karte vom Deck deines Gegners auf seinen Ablagestapel und Sengende Flammen zieht 110, das aktive Pokémon deines Gegners ist jetzt verbrannt. So ist es. Und dann haben wir hier natürlich den coolen Pin, passend zu der Arena. In der Symbolik kann man so ein bisschen erkennen, das hier sind so die Flammen von Inferno-Pot, wie er vorhin hat. Dann haben wir hier drei Packs und eine PCGO-Online-Code-Card, die schaltet natürlich Inferno-Pot für das Sammelkarten-Spiel online frei. Genau. So, werden wir einfach mal öffnen. Ich hoffe, dass wir hier drin was besseres ziehen als eine Holo. Die einfallen eine V oder eine Full Art oder sonstiges cooles, was es noch so gibt. Natürlich gibt es auch Rainbows in dem Set und so und auch ein Secret Rare Shiny Glurak. Das wäre natürlich absolut der Knaller. Dann würde ich echt hier im Dreieck springen. Naja, wir werden sehen. Hier haben wir jedenfalls ein Pokoball und Iskala. Galatik-Zaks, Unratytox, Hyperheiler, eine Wasserenergie, Smartrotom, Absol als Ankommen, sehr schön, hier. Superball, verdächtige Konserves, die Reverse und Macho Mai, die Holo mit Macho-Vergeltung und Dynamitstoß. Werde ich jetzt nicht so weiter drauf eingehen. Ist ganz nett so von den Angriffen, aber diese Holo habe ich zum Beispiel, obwohl ich wirklich noch nicht so viele Booster geöffnet habe, habe ich schon mindestens viermal gezogen. Viermal Minimum, wenn nicht sogar vielleicht mehr. Also da brauche ich dann nun wirklich nicht weiter was zu sagen, glaube ich. Selbsterklärend. Schwupp. Und hier haben wir Trank und Vulpix, Macholo, Klonket, Kaniwanha, eine Stahlenergie, Maschok und Ness, Calamonero, Abokest, die Reverse und Altaria, die Holo. Von dem Effekt her, Wunderamulett gar nicht so schlecht. Ansonsten jetzt nicht so der Oberkracher. Letztes Pack hier mit Pocosan von vorne drauf? Pocosan? Ja doch, Pocosan. Tagentamex, Diga-Dynamix. So. Mal sehen, was wir hier rausziehen können. Vier Lilu und Pocoball. Iskala, Galatzitzax und Ratütox. Eine Finstersenergie. Rübel von Timiel, Victini und Abok. Als Reverse Zügade und als Stern haben wir eine Holo und zwar Mary. Naja, ganz cool, ganz gut spielbar. Aber jetzt nicht so das Gelbe von Mai. Er wieder eine mittelmäßige Pinbox. So gut fand ich die jetzt leider nicht. Entferne eine Pott. Ganz nette Promo. Ansonsten hätte ich mir die auch sparen können. Sag ich mal ganz ehrlich. Naja, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß bei dem Video und schaut auch weiterhin rein, wenn ich für euch alles mögliche unboxe. Euer Pocomaniac. Viel Spaß und bis dann.